Die Geschichte der Welt ist eine Geschichte voller Gewalt. Die Menschheit scheint entschlossen, sich selbst auszulöschen. Aber es gibt ein Artefakt, bekannt als Apfel von Eden. Mit ihm wird jeder Versuch von Unabhängigkeit oder Rebellion erstickt. Sie hat die Beschützer des Apfels aufgespürt. Alle Blutlinien sind ausgestorben, bis auf eine. Sein Name lautet Callum Lynch. Mein Name ist Dr. Sophia Rikin. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Und Sie sind hier, um mir zu helfen. Wer sind Sie? Wir wissen alles über Sie, Callum. Wir sind auf der Suche nach etwas. Und Sie sollen es uns beschaffen. Sie begeben sich jetzt in den Animus. Was Sie gleich sehen, hören und fühlen, sind die Erinnerungen Ihres Vorfahren. Der seit 500 Jahren tot ist. Was wollen Sie von mir? Ihre Vergangenheit. Warten Sie! Willkommen bei der spanischen Inquisition. Was ich da drin sah, hat sich echt angefühlt. Das war es. Gibst du ihnen den Apfel, gewinnen sie. Die Templer werden ihn benutzen, um uns zu vernichten. Und was jetzt, Pionier? Wir kämpfen. Langsam gefällt's mir. Ihnen ist Dorses bestimmt. Finden wir's raus. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Wir arbeiten im Dunkeln. Wir machen im Dunkeln.